Die Planungen fürs kommende Jahr sind soweit abgeschlossen. Trotzdem wird es im Lausitzbad auch hinter den Kulissen nicht ruhiger. Denn der Höhepunkt für 2011 steht nämlich noch aus, die Silvesterparty. Nach sechs Jahren Pause will man den Spaß für die ganze Familie wiederbeleben und hofft natürlich auf zahlreiche Gäste, die ihren Nachwuchs hier am 31. Dezember bis Mitternacht gut beschäftigen können. Es gibt eine ganze Reihe von Wasserspielen, die wir machen werden mit den Kindern. Sondern wir gehen soweit, dass wir sogar einen Schlafraum eingerichtet haben für die Kinder. Wenn wirklich mal inner müde wird, kann er sich hinlegen. Wir passen auf die Kinder auf. Und nach der Veranstaltung können die Eltern dann mit den Kindern wieder nach Hause. Hoffentlich mit einem vollen Haus will man also ins Jahr 2012 starten. Und das natürlich möglichst oft wiederholen. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen wartet auf die Besucher des Familienbades. Aber auch ein zweites Standbein soll die Gästezahlen nach oben schnellen lassen. Das Kursangebot in den Bereichen Wassergymnastik und Aquapower soll ausgebaut und für Interessierte extra Schnuppertage angeboten werden. Die können sich genau unter Anleitung unserer Trainer das anschauen, das selber mitmachen, was sie dann später bei den Gesundheitsangeboten erwartet. Silvester im Lausitzbad verbringen und die dort gefassten guten Vorsätze fürs neue Jahr mit einem Gesundheitskurs dort auch umsetzen. Ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee, oder?